Hallo und herzlich willkommen bei PinnoMorosTV. Wir machen heute ein Let's Play von Minecraft, wie schon ziemlich alle YouTuber auf YouTube. Aber egal. Ja, uh. 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 Ja, okay. Zelfax und Big Sahne. Und Ninja MTS. Das ist, wenn ihr mich Big Sahne nennt. Das ist. Ja, gut. Au. Wir wissen doch, dass du es hast und deswegen tun wir es doch überhaupt erst. Ja, ich mag das schon. Wo geht ihr denn? Komm, wir geben hier mal einen Wald. Das ein, das ein Wolf. Darf ich einen Totschlagen? Ja. Nee, der greift ja mich ja an. Nee. Könnte ja nicht wie Zelfax sein. Nein, ich schlag mich nicht tot. Ey, was ist das? Also wir machen jetzt ohne alle Mods, soweit ich weiß. Das ist einfach die ganz behinderte Scheiße-Version von Minecraft. Ein Maschinen-Server von auf Zelfax-MPC. Und ich würde gerne aussprechen und nicht reingeredet werden. Und wir haben uns auch schon Platz gesucht fürs Haus und werden jetzt farmen. Haben wir? Haben wir nicht. Doch, wir haben es ausgesprochen. Haben wir. Demokratie. Ich und Big Sahne haben entschieden. Demokratie. Ja, das ist mein Server, ey, shut die wieder down. Shut die wieder down, man. Shut die down, man. Ich shut die down, man. Junge, indio. Ich mach dich kaputt. Das ist doch Scheiße, da noch zu bauen. Ja, der sucht einen besseren Platz, während wir Holzfarm. Ja, ich dachte, wir bauen Haus, keine Höhe. Ja, wir sollten, wir sollten, mich schalten wir an Skype an. Mal das durch. Äh, ihr solltet, wir sollten in der Nähe von, oh fuck. In der Nähe, du behinderte Scheiße, ich fliege. Moment kurz. So, wieder da. So, jetzt sind wir wieder auf. Ja, ich habe einen Pack. Äh, ach ja, ich nehme ja gar nicht auf. Zack, da ist ein Textrapack drin, dann sagt er. John Smith, ja. Ja, ja, das wunderschöne John Smith. Äh, wie, das ist besser, Hust! Nein, ja. Ich find Misa's auch besser als DokuCraft, aber Babo hat mir hier DokuCraft draufgetan. Deshalb hab ich jetzt DokuCraft. Was ist das, hat dir Babo DokuCraft draufgetan? Weil er zu dumm zu allem ist. Das ist gut. Lord. Ja, okay. Wo seid ihr? Da. Ich hab schon 14 Holz, ey. Ich geh da auch ab. Ich hab 14. Ja, 14. Ja. Boah, Scheiße, man. Da muss ich mehr Hinne machen, ey. Boah, da. Ähm. Ja, Leute. Ich suche Hittmann Platz. Ja, ich hab ne Workbench, gell. Uuuuh. Ey, der Hund geht mir auf Keck. Ich hab Pumpkins gefunden. Ja, sammle die mal ein. Ich hab Saplings gefunden, Saplings. Ich sammle sie mal ein. Saplings liegen überall. Das ist wirklich nichts Besonderes, Second. Ich fühle dich nicht besonders. Höh. Höh. Die kann man als Zimmerpflanzen verkaufen. Ja. Was? Vor allem hier, kennt ihr diese neuen Büsche oder so, die hier ab und zu wachsen und so? Ja. Die doch keinen Namen haben. Das sollen Kürbissamen sein. Nein. Ah, ja, klar. Ja, ja, klar. Die wachsen doch nur in der Dings-Gegend, in der Wüstengegend, oder? Ja. Ja, komischen, kleinen, braunen Teil, oder? Die heißen Dadshrups, Dadshrups, also irgendwie so. Ja, ja, ja. Das erkennt man sofort. Ninja ist dein Außenseiter. Haben wir das mal festgestellt? Nein. Wieso erkennt man das sofort? Wieso siehst du das? Ja, Ninja verbühten sich im Let's Play mit der Helle Hockney nur im TS rum. Und wir sind kurz vor dem Dungeon Siege, Let's Play. Ja, und deshalb. Time Running Out. Aber, ähm, ich hab keine Ahnung, wo ich grad bin. Und ich, glaub, ich verlaute mich auch gleich. Äh, ich bin hinter dir. Achso, das ist gut. Ja, super, aber lass mich ruhig zurück, ne, und sagt, in welche Richtung ihr lauft, ne. Ja, wo bist du? Ja, ich bin hier immer noch fleißig am Holzfarmen, hier. Ja, das machen wir noch auf. Ich fahre, Blume. Ey, du, ihr haut ab. Ah, da seh ich euch. Ich seh euch. Ich seh die Seconds und den Bronos. Ey, hier ist ne Höhle. Ja, okay, hier bauen wir. Komm, wir bauen hier. Nein. Das ist ein Keller. Doch, Mann, Mann. Das ist ein voller geiler Keller. Ja, doch, hier. Bestimmt, okay, warte mal. Äh, wir bauen da hinten auf dem Fleckchen Sand. Nein. Ja, da ist Sand. Doch, Mann. Ja, okay, Demokratie-Urteil. Färsche. Ey, ich hab, ey, Kohle, Kohle. Wir brauchen Eseland für, ja, dann bau doch ab. Ja, das ist schon wieder ne, Alter, hier ist ne Riesenhöhle. Oh mein Gott. Ja, wir brauchen Eseland für klar. Erstmal kommt hier ne Workbench hin. Hier ist Eisen, meine Freunde, hier ist Eisen. Das ist ein Grundstein. Ich packe hier irgendwo, äh, da, so. Voll durch Workbench. Das bauen wir hier jetzt in Zahl rein. Ich würd mal sagen, ich würd mal sagen, wir machen erstmal ne Truhe und sammeln erstmal einen Items-Werra. Entschuldigung, hier ist noch ne flache Ebene besser gewesen, aber... Ja, ich mach ne Truhe. Nehmen wir jetzt hier Sand. Ja. Okay, ähm, wollen wir eine Gemeinschaftstour machen oder jeder für sich? Wir machen eine Gemeinschaftstour, da, Le, steht sie. Ich bau da drüben mal Kohle ab. Äh, wir machen jetzt erstmal jede Menge Holz. Ja, ich hol mal Kohle. Okay, ich... Ich hab grad mal aus Ecken eingraben. Ich hab grad mal aus Ecken. Ich hab grad mal geguckt, ob mein Two-Many-Items funktioniert und das funktioniert nicht. Ja, klar, weil es keine Übersicht geht. Äh, warum kann ich mir kein Bett bauen? Weil du zu dumm bist. Weil, lol, warum kann ich mir kein Bett bauen? Ja, wie gesagt, weil du zu dumm bist. Hast du auch hundertprozentig die 1.6-Bestions aufgetan? Ja, Mann. Hä, das hat auch mit der 1.6 nichts zu tun. Betten gibt's schon länger als der Items-Best. Ja, trotzdem. Ja, gib mir her, dann bau ich die Betten, wenn du zu dämlich bist. Wie die Wolle, du Held. Mach hier, plö. Probier. Wolle, Mann. Vielleicht geht das nicht, weil das vielleicht Bucket oder Dings braucht. Canary-Mod. Als Server-Dings. Weil wir haben jetzt ja gar nichts drauf. Ey, 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 ist einfach mal so dämlich, ey. Warum? Was? Was denn? Ey, ist einfach mal zu dumm. Was sind Betten, du Bord? Das ist mal eine ganz andere Frage. Warum solltest du Canary-Mod oder irgendeinen anderen Mod benötigen, um... Ja, weil wenn du mit Betten hast, dann spürst du auch die Zeit vor. Eventuell deswegen. Ey, euch ist schon klar, es wird dunkel. Wir haben nur ein Bett und wir sind drin. Ich hab auch Wolle hier. Ach, stimmt, weil du ja zudem nicht dafür bist. Das ist Sand, du Held. Wie geil. Das ist Sand, du Held. Ey, Leute. Ey, ich hab gesagt, du gibst mir Wolle, was gibt's in mir? Gib mir Sand. Ey, das kann man in dem Scheiß so kräftig unterscheiden. Ja, lass mal. Ähm, es wird dunkel, wir haben kein Bett, wir haben gar nichts. Und gleich, wenn ich die Hübe auftauche, uns wegbomben. Ja, bau mal da, bau mal schon mal Stein ab, dann können wir jetzt schon mal Steinwerkzeug machen. Ja, ich bau mal Stein. Ich hab Stein ab. Ich hab fünf Stein ab, die brauch ich von mal eigenem Werkzeug. Ey, geil, ich hab Eisen gefunden. Ja, hab ich doch gesagt, das Eisen am Mürt, der kennt er zu. Nö. Ich hab jetzt ein Schwert, das aussieht wie ein Brett. Ich lach gleich, ich schlag Delfax mit nem Brett tot, komm her. Ey, nein. Ich hab neun Spiele und ein Achievement. Ja, dann mach, dann baue mal Fackeln. Ja, äh, äh, da. Ja, du bist so ein Held, ey, leuchst mich zu schlagen. Ja, wenn du mir durchs Bild läufst. Alter, ich geh immer auf Schafsuche. Ja, nachts. Ja. Hier ist ne Riesenhöhle und ich hör Zombies, ich glaub hier irgendwo ist ein Dungeon. A Dungeon. A Dungeon, da muss ich ja immer sein, so ein Dungeon. Oh, ja, Fackeln. Ja, ich hab genug. Nein, du Blitzmerker. Oh, da muss ein Zombie, soll ich den mal anlocken? Nein, sollst du nicht. Ey, kannst du mal die Fackeln, kannst du mal die Fackeln irgendwie ein bisschen weiter wegsetzen? Zumindest hier unten an der Höhle rum. Oh, fuck, ich bin in die Höhle reingefallen. Fuck. Was macht ihr denn da? Scheiße. Ah, scheiße. Ey, ihr seid doch so, ey, steh ich hier oben alleine ohne Fackeln da, ihr seid so Held, ey. Ey, warte, warte, ich komm hoch. Lass mal, lass mal Selfax. Ja, ich baue mich jetzt mal zu. Ich bin sozial und helfe mit dem Zähn. Ja, Selfax, kannst du mal hier hinten um die, um den Dings hier im Bunker hier auch mal? Nee, könnt ihr mir was? Könnt ihr mir was? Ich kann mich hoch. Ja, warte, hier, ich bin du gütig und werf dir mal das runter. Ein Stück Dreck. Ey, Big Zähn, bleib mal hier, Big Zähn. Hier, warte, ich hab doch, äh, fucker, ich krieg mal hier. Ich werf hier eins, das ist lustiger. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Ey, der grüßt meine Fackeln. War, der grüßt mich. Alter. Weißt du? Ey, geh ich auch noch ein paar. Nein, du krass, komm her, bleib hier stehen. Mach's doch so. Das ist einfacher. Ey, kann man schon steinen? Ja, muss man. Ja, das war doch. Okay, danke. Hier. Ich werde dich. Ey, zweiinedine.